Hallo und herzlich willkommen zur erneut vorerst letzten Folge des Werkzeugkastens Automatentheorie, die YouTube-Reihe, die sich mit Algorithmen aus der Automatentheorie befasst, die irgendwie auf meinen Vorlesungen zur theoretischen Informatik aufbaut. In den Vorlesungen besprechen wir das Wieso und das Warum nicht anders. Hier in der YouTube-Reihe arbeiten wir uns einfach an typischen Algorithmen durch. Mein Name ist übrigens Florian Volk und heute befassen wir uns damit, wie man einen NPDA aus einer CF-Grammatik erstellt, also wie man aus einer kontextfreien Grammatik einen nicht-deterministischen Kellerautomaten, einen nicht-deterministischen Stack-Automaten oder allgemein einen non-deterministische Pushdown-Automaten baut. Und normalerweise ist es relativ schwierig, einen PDA zu konstruieren, einfach aus einer Idee heraus. Wir werden uns hier gar nicht mit diesem Problem befassen, denn wir nutzen eine der Stärken der Informatik, nämlich die Abstraktion. Und wir werden gar nicht versuchen, uns selbst einen entsprechenden Automaten auszudenken, sondern wir bauen uns einfach einen Automaten, der die Produktionen einer Grammatik emuliert. Das heißt, der Automat erkennt eigentlich gar nicht die Sprache, sondern der Automat führt die Produktionen aus. Und naja, die Ausführung der Produktion ist ja gerade das Erkennen einer Sprache. Wir machen das also ein bisschen hintenrum, aber mit dem Ziel, dass es viel einfacher ist. Denn mit der hier vorgestellten Methodik kann man jede kontextfreie Grammatik automatisiert in einen nicht-deterministischen Pushdown-Automaten umwandeln. Die Grammatik muss dazu nicht in der Chomsky-Normalform vorliegen. Also anders als beim CYK-Algorithmus vorheriges Video brauchen wir nicht die Chomsky-Normalform vorheriges, vorheriges Video, sondern wir können direkt aus einer CF-Grammatik arbeiten, mit einer CF-Grammatik arbeiten. So, ich habe die Produktionen der Grammatik mal hier rechts auf die Folie geschrieben und links finden wir unseren zugegebenermaßen ausgesprochen unspannenden NPDA. Der hat einen Stack hier von unten nach oben zu lesen und der hat einen einzigen Zustand. Warum der Q-Beta heißt, weiß ich selbst nicht. Ist wahrscheinlich ein Copy-Paste-Fehler. Der ist auf jeden Fall akzeptierend und der führt auch mit allen Regeln, die wir noch entwickeln werden, auf sich selbst. Ich werde bei den Regeln dann immer den Zustand weglassen. Ich meine, es ist langweilig, wenn es keinen Zustandsübergang gibt. Wir reden immer über diesen Zustand, der aus unerfindlichen Gründen Q-Beta heißt. Wenn ich irgendjemanden in der Klausur habe, der den Q-Beta nennt, Leute, dann weiß ich, ihr habt das Rezept auswendig gelernt. Egal, kommen wir dazu, wie wir aus den Produktionen entsprechende Transitionen machen. Zuallererst müssen wir für die Produktionen und die Terminale getrennt vorgehen. Ich möchte die Produktion S nach Epsilon in eine Delta-Transition umwandeln. Und das ist sehr einfach, denn ich sage schlicht und ergreifend Delta Epsilon S. Das heißt, ich entscheide mich, nichts aus dem Wort zu lesen. Deswegen das Epsilon, kein Zeichen aus dem Wort. Und ich entscheide mich, dass ein S auf dem Stack steht. Also, wenn oben auf dem Stack ein S steht, entscheide ich mich, nichts aus dem Wort zu lesen. Und diese Transition führt genau in Epsilon, das ist die erste Regel, in AS, das ist die zweite Regel, und in BXC, das ist die dritte Regel. Wir machen keinen Zustandsübergang, wir bleiben also im gleichen Zustand. Wir schreiben aber auf den Stack entweder Epsilon, AS oder BXC. Relativ stumpf die Produktion in Dinge, die wir auf den Stack schreiben, übersetzt. Genauso gehen wir auch für X vor. Wir entscheiden uns nichts aus dem Wort zu lesen, wenn wir auf ein X stoßen und können dann auf den Stack schreiben, entweder BXC oder Epsilon. Das sind die zweiten beiden Regeln. Es ist ja schließlich ein nicht-deterministischer PDA. Auf gut Deutsch, solange es irgendeinen Weg gibt, das Wort zu erkennen, wird er das tun. Und diesen einen Weg gibt es bestimmt, auch wenn es hier mehrere Möglichkeiten gibt. Jetzt muss ich noch irgendwas machen, um meine Terminale zu behandeln, um meine Terminale loszuwerden. Auch dafür erfinde ich Regeln, die aber sehr, sehr einfach sind. Nämlich sage ich, wenn ich ein A lese im Wort und ein A oben auf meinem Stack draufsteht, dann schreibe ich nichts auf den Stack. Ich vernichte also nur das A auf dem Stack. Und das mache ich für jedes Terminal. Also ein B lese ich im Wort, ein B steht auf dem Stack. Ich mache das B weg und schreibe nichts drauf. Und dann haben wir noch C als drittes Terminal. Ein C lese ich im Wort, ein C steht oben auf dem Stack. Auch hier, ich packe nichts auf meinen Stack. Wenn man jetzt ein bisschen die Augen zusammenkneift und ein bisschen schief schaut, merkt man, im Prinzip versuche ich nicht die Sprache zu erkennen, sondern das, was schon angedeutet wurde. Ich schreibe mir die Produktionen auf den Stack und arbeite die dann auch wieder ab. Das heißt, wenn auf dem Stack mein Startsymbol S steht und so werden wir anfangen, dann kann ich erst mal alles auf den Stack schreiben, was ich aus einem S machen kann. Wenn ein Terminal oben auf dem Stack steht, schmeiße ich es weg, soweit ich beim Wort an der richtigen Stelle bin. Wenn eine Variable oben auf dem Stack steht, naja, dann schreibe ich halt die Produktionen drauf, die bei der Variablen entstehen würde in der CF-Grammatik. Und so baue ich langsam aber sicher meine Grammatik in dem Stack auf und wieder ab. So, ich habe die Regeln mal alle an den schönen Automaten dran geschrieben. Also, ich lese kein Zeichen des Wortes, habe ein S im Stack und so muss auch immer mein Stack anfangen. Am Anfang muss ein S auf dem Stack stehen, kann ich ins Epsilon gehen, kann ich in AS gehen, kann ich in BXC gehen und so weiter. Wie gesagt, den Zustand lasse ich weg bei der Notation, weil wir den Zustand nicht verändern. Wer da immer noch in das Delta mit reinschreiben will, von Q-Beta nach Q-Beta, dem sei das von Herzen gegönnt. Hier demonstrieren wir jetzt mal, warum das funktioniert und wie das funktioniert, anhand unseres inzwischen liebgewonnenen Wortes A, B, B, C. Wir merken also, ich bin nicht besonders kreativ geworden. Video 7, 8 und 9 haben dieselbe Sprache. Also, was kann passieren? Wir haben ein S oben auf unserem Stack und wir könnten, wenn wir denn wollen würden, ein A vom Wort lesen. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wissen also, dass wir uns für eine dieser drei Regeln entscheiden müssen. Unser NPDA würde das alles gleichzeitig machen oder mit Backtracking oder wie auch immer. Wir wissen ja, welche Regel kommen muss. Das heißt, ich wende zuerst die Regel an, Delta, ich lese nichts aus dem Wort, habe ein S oben auf dem Stack und schreibe mir dann ein AS auf den Stack. Das heißt, dieses S hier würde verschwinden und dann würde ich wieder ein AS auf den Stack draufschreiben. Jetzt habe ich ein kleines A oben auf meinem Stack stehen. Jetzt entscheide ich mich, folgende Regel zu verwenden. Ich lese ein A im Wort, weil das darf ich und ich habe ein A oben auf meinem Stack und deswegen schreibe ich mir ein Epsilon auf meinen Stack. Auf gut Deutsch, ich nehme das A vom Stack runter und schreibe nichts Neues drauf. Ich habe wieder ein S dort stehen. Ich könnte jetzt als nächstes, wenn ich denn wollen würde, ein B lesen. Ich habe aber eine Variable auf meinem Stack. Ich weiß, ich darf also wieder eine dieser drei Regeln verwenden. Der NPDA würde sozusagen alle verwenden oder Backtracking machen. Je nachdem, wie masochistisch veranlagt die entsprechenden Programmiererinnen und Programmierer liegen. Wir wissen aber, was der deterministisch richtige nächste Schritt wäre, nämlich die Produktion Delta Epsilon S nach BXC. Das heißt, unser S würde verschwinden und wir würden ein BXC auf den Stack schreiben. Erneut können wir als nächstes ein B lesen im Wort und es ist ein B oben auf dem Stack und immer wenn ein Terminal oben auf dem Stack ist, wissen wir, was wir machen wollen. Wir wollen es vernichten. Weg ist das B. Auf dem Stack steht nur noch XC und wir könnten als nächstes Zeichen dieses B lesen. Und auf dem Stack steht oben ein X. Ich merke gerade, dass das durchgestrichene B und das X sich leider relativ ähnlich sehen. Gut, wir haben eine Variable oben auf dem Stack. Ich mache das mal weg. Wir haben eine Variable oben auf dem Stack, diesmal ein X. Wir wissen also, wir können eine dieser beiden Regeln auswählen. Wenn wir kein Zeichen im Wort lesen wollen, das wollen wir auch nicht, dann bleibt nur noch eine sinnvolle Regel übrig, nämlich wir lesen kein Zeichen aus dem Wort. Wir haben ein X oben auf dem Stack und machen ein BXC auf den Stack drauf. Das heißt, das X verschwindet aus dem Stack und ich schreibe ein BXC auf den Stack drauf. Achtung, ich schreibe das natürlich immer verkehrt rum, weil es ein Stack ist und ich immer nur an das oberste Ding von dem Stack drankomme. So, jetzt haben wir wieder ein B oben auf dem Stack. Wir wissen, was in solchen Fällen passiert. Ich habe ein B, das ich lesen darf im Wort. Ich habe ein B oben auf dem Stack. Ich vernichte das B. Weg ist es. Und hier unten dürfte ich, so ich denn wollen würde, als nächstes ein C lesen. Ich habe aber schon wieder ein X oben auf dem Stack. Das heißt, ich mache ein Delta, ich lese nichts aus dem Wort, habe ein X oben auf dem Stack und weiß, dass diesmal, ich weiß es, der NPD-A muss es herausfinden, ich weiß, dass diese Produktion hier die richtige ist. Also, ich vernichte einfach nur das X oben auf meinem Stack. Jetzt habe ich wieder ein C oben stehen und ich könnte ein C lesen. Na, wie wunderbar. Delta, C, C nach Epsilon. Das C verschwindet. Ich kann das nächste C lesen. Sehr schön. Auch hier, ich habe ein C oben auf dem Stack. Ich habe ein C im Wort. Delta, C, C nach Epsilon. Das C ist weg. Der Stack ist leer. Ich bin hinter dem Wort angekommen. Ach, wie praktisch. Ich bin am Wortende. Der Stack ist leer. Das heißt, mein NPD-A akzeptiert dieses Wort. Das Wort ist Teil der gesuchten Sprache. Und nach diesem simplen Verfahren kann ich aus jeder kontextfreien Grammatik stumpf einen NPD-A entwickeln, der die gleiche Sprache erkennt. Nicht, weil die Transitionen so schön zur Sprache passen, sondern weil die Transitionen den Ablauf der Produktion der Grammatik auf dem NPD-A emulieren. Das ist Abstraktion. Und das war das letzte Kapitel der inoffiziellen zweiten Staffel der Automatentheorie oder des Werkzeugkastens Automatentheorie. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich hoffe, es hat allen genutzt. Und wir sehen uns wieder, so es denn irgendwann mal eine Staffel 3 geben sollte. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020